hallo und herzlich willkommen zurück in dieser absolut abartigen perversionen der optik von it takes two ja in der letzten folge haben wir gelernt dass das was wir hier machen den zusammenhalt nicht unbedingt fördert ich dachte gerade bist da rein gerutscht und jetzt wollen wir uns noch mehr zerstreiten indem wir ich rede nicht weiter ich muss durch diese scheiße hier durch kann ich glaube ich auch unterfalle nummer so ernst das ist ja ekelhaft abgesehen davon ist direkt am ende du auch direkt am ende wo es eigentlich überhaupt gar nicht mehr auseinander gehen sollte da bin ich dann kaputt gegangen ich guck mal lieber von oben drauf lässt es einfach wo ich bin durch ein roller coaster ist aber nicht so naja da dreht sich der magen auch um also der vergleich ist nicht ganz so abwegig es hat nicht gereicht hat seine seite ja ich denke ich dachte dass wir so ja aber da hinten ist eine vorstelle da müssen wir ja okay das hat uns gereicht das heißt einmal gegen springen und dann weiter wahrscheinlich jetzt kann sein ja okay so nicht also nicht vorher lang springen nein das geht nicht gar nicht das sind für ein schwachsinniges dahinten kannst du auch gegen warte mal dahinten warte mal ist das eine unsichtbare wand da kommt doch sowas rein aber wenn ich da bin ist es weg irgendwie da aber das ist nur optik sache denke ich mal aber ich denke mal diese diese anders farbigen haben schon irgendwas aber da oben sind auch welche ich gerne mal zurück ja komme ich aber auch nicht hoch da oben aber das ding hat eine bewandt ist da hinten das muss ja es ist kein teleport oder so habe ich jetzt nicht gedacht kann das sein dass wir das einschalten wenn wir bestimmte ein bestimmtes muster hier drauf waren du knallst auch nur gegen da passiert also ich dachte vielleicht kannst du daran stehen also aber du kannst ja nicht festhalten siehst du das hier normal rutscht ja auch so ab das ist irgendwie eine wand wo das nicht geht also kann ich dich werfen irgendwie da habe ich auch schon überlegt aber und die dinger die sind auch weg also wir können jetzt auch nichts anderes mehr machen ich glaube das wird das erste ding sein wo drin verkacken also wo wir nicht wissen weil da hinten ist doch was ja genau ich gehe da noch so rein springt nein hier an der seite da war hinten flog was her hat ja das ist das war ich die ganze zeit sage was da hinten auch ist wie so ein rohr aber vielleicht fliegen hier vorbei man kommt da irgendwie da ist auch wenn dann sind die vielleicht unsichtbar ja verändert sich auch nicht ich bin dann gucken wie in den mustern wie wir drüber laufen weil das muss so irgendwas entweder sind wir nur zu blutzen springen dass der das ist ein echt heftiger sprung ist einfach und es ist kein portal irgendwie es ist so millimeter davor immer also ach so warte mal man kann doch das ganze ich mache sprung sprung und dann driften nach so man kann das zweite mal nicht noch mal beschleunigen das geht nicht okay weil ich dachte ich habe keinen sprung sprung macht ich habe nur einen sprung aber es gibt den zweiten sprung machen was das ist vorher das ist so ein millimeter war das jetzt weil ich vorher gelaufen bin vielleicht warte mal da kann ich aber trotzdem noch einen zweiten sprung machen aber was ist denn ein kleiderdiskop ist denn so dass das dich einfach nur wechselt aber es muss ja hier irgendeinen zusammenhang geben oder was auch immer da springt sie dann nicht mehr auf einmal da kann man das auf die höhe bringen und zwar das sind ja da oben das finde ich halt komisch dieses orange in der mitte finde ich seltsam und halt die anderen hellen sage ich mal finde ich das ist seltsam wir haben auch keine null fähigkeiten warte mal da ist ein was das denn da hinten was denn was war das für eine schiepfunde da ist da ist so eine röhre die da immerhin her pflegt siehst du die ja das habe ich dir doch die ganze zeit schon gesagt aber die geht nicht nach hinten glaube ich vielleicht müssen wir da rein und dass die dann aber ja aber das ist ja nicht immer da das ist ja das komische da ist jetzt gerade geht jetzt hoch näher ist ich guck mal auf der anderen seite ich versuche mal auf beiden bildschirmen gleichzeitig zu vielleicht ist es auch eine unsichtbare dings ich gehe einfach mal hier genau genau na da ist auch wie heißt das ding jetzt hier kaleidoskop oder so ne naja wenn ich jetzt wüsste was machen die denn noch mal keine ahnung das funktioniert jetzt ohne oder was machst du da hallo ja ich war gar nichts ja warte da so rum stehst ja ich dachte ich kann hier auf die kante gehen aber geht auch nicht von diesem von der platte da aber der geht einfach nur dadurch so ja da geht aber durch die ritze durch jedes ja aber du kannst da nicht irgendwie zwischendurch stehen bleiben oder so du wirst da quasi so durch gefeuert wenn man so will oder ja ja doch ne ne ist nicht dein ernst jetzt oder das wollt ihr nicht von uns ne das glaube ich auch nicht ah ich war fast da fuck warte mal ist hier hinten nicht der noch ein bisschen weit der geht doch weiter ja das geht nicht ne aber ich glaube auch nicht dass du da so rüber springen kannst ist jetzt hinter mir ja das hinter mir ich finde trotzdem immer noch ich finde es halt seltsam hier mit diesen komischen dingern auf dem boden warte mal warte mal vielleicht kann man das so irgendwie machen warte mal warte mal ne stopp stopp geh mal da oben hin das ist mir jetzt noch grad noch gar nicht aufgefallen stell dich mal ne da nicht nicht da geh mal zurück hier oh was war das alles nein also es ist doch ein muster geschichte also nicht euer ernst weil ich bin die ganze zeit ich habe eben schon am anfang hier so hm warum verändert sich das aber ich habe nicht gesehen dass da nur zwei fehlten kann man da jetzt einfach so rüber springen oder muss ich da jetzt wieder irgendwas mit einer farbe machen da rutschst du ab scheiße okay ist das vielleicht doch wieder so eine farben geschichte warte mal kannst du dich hier auch nochmal hinstellen da oben 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 nicht bei mir also wenn du es einmal gesehen hast dann ist es beim zweiten mal irgendwie nicht mehr so schwer ja vor allem wenn es klar ist welche dinger du da machen musst ja hier wahrscheinlich dann sind gleich hier nämlich mal wir sind dupliziert ich bin unten warte mal ich gehe hier drauf du musst die äußeren nehmen etwas runter hier den ja das ist aber irgendwie ich sagte ja du bist ja meine migräne wird dadurch auch nicht gerade besser vor allem sehe ich ja nur noch irgendwelche grünen sachen und sachen und ja rot grün gerade in migräne phase das ist echt geil oder alles was flimmert so hier was jetzt los ich sehe überhaupt nichts nein wir müssen was machen reiß dich zusammen hat sie gesagt ich bin auf der grünen treppe warte mal da oben müssen wir hin aber wie kommen wir da achso ja noch ein bisschen nein nicht so viel stopp stopp ja bin oben die frage ist jetzt muss ich jetzt gleichzeitig irgendwas machen achso da oben ist doch irgendwas ich sehe das noch nicht so richtig ich sehe es auch nicht naja du kannst doch die ich höre irgendwas kannst du da dran irgendwie unten ist irgendwas jetzt ja lass doch mal los dann kannst du auch gucken ja dann dreht sich das selber wieder weg ist es jetzt da wo es hin muss das weiß ich nicht warte mal da hinten ist die brücke gewinnen warte mal nee das muss noch woanders mehr kann ich aber nicht wenn dann kann ich nur zurück jetzt nee warte mal stopp stopp doch das ist jetzt genau an der brücke also aber soll das da hin wirklich das weiß ich nicht du musst gucken ich sehe bei dir gar nicht weil du immer falsch guckst das türkisfarbene das ist direkt an der brücke an der grünen wo wir einfach eigentlich von gekommen sind ne das kann doch nicht sein dass wir da wieder hin müssen oder ja guck doch einfach mal du stehst da unten so rum ja ich sehe ich guck doch ja kannst du dich da dran hängen oder nicht nein ja du bist ja noch nicht mal in der nähe gewesen wie willst du denn wissen ob du dich da dran hängen kannst ja so nicht ja toll aha funktioniert also doch warte mal die brücke geht aber weiter da kann man eigentlich schon weiter gehen warte mal ich geh mal noch in höhe du musst mich irgendwie da hoch holen warte mal ich bin ja ach so da unten kann ich was bewegen warte mal hallo ich kann das nicht bewegen wieso kann ich das nicht aber jetzt nach oben und unten städte hier mache ich ja den linken nicht den rechten ja ja mache ich ja aber passiert nichts ach das müssen wir zu zweit machen stoppt deswegen sollst du mich ja beim nähe das blaue bin ich bei dem gelben hochholen aber das gelbe kann ich nur unten verändern warte mal das gelbe kann ich nur hier verändern aber du musst mir sagen ah ok da kommst du hin da kannst du drauf gehen ja dann mach achso ne du musst springen achso aber ich weiß nicht warte mal ich fahr dich mal rum ob du dann irgendwo ja da wo du eben warst stopp 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 nein du gehst da hoch geh da hoch sag mal wieso geht die da nicht hoch so dann können wir nämlich nach oben und das müssen wir uns zu zweit machen das geht nur irgendwie da muss ich ganz ehrlich sagen das ist für mich persönlich das beschissenste level nicht weil es schlecht gemacht ist sondern einfach von der optik her erst die stelle es ist kaputt Gott sei Dank ich muss mich auch übergeben Sarah mein Kopf fimmert gerade so richtig ich hab Clay gekotzt oh da ist der Elefant das ist easy ja also ich würd's nicht machen ich muss mich auch übergeben und 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 das ist das ist das ist Vielen Dank.